Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point. Euer Daumen drücken hat definitiv geholfen. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir in der letzten Mission unseren ersten Verlust haben werden, was die Soldaten anbetrifft. Aber Puh, Glück gehabt. Beide haben wir noch rausbekommen. Beide haben es überlebt. Habe ich zwischenzeitlich wirklich nicht mehr mit gerechnet. Gerade bei Pepper war es extrem knapp. Aber gut, es ist vollbracht. Und ich kann eine Sache jetzt sagen. Ich hatte zwischen der letzten Aufnahme und dieser gab es eine kleine Diskussion auf dem Discord-Server bezüglich des Technikers und der Fähigkeit, diese Kanonen aufzustellen. Ich kann euch berichten. Ich habe es mit einem anderen Spielstand ausprobiert. Es ist tatsächlich so, der Techniker kann die Geschütze aufstellen ohne die Technikerarme. Das hat eins mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß nicht, wo es herkam, ob ich angefangen habe, das zu vermischen oder ob ich das aus irgendeinem Kommentar aufgeschnappt habe. Ich weiß es nicht. Spielt auch letztendlich keine Rolle. Fakt ist, der Techniker kann die Geschütze unabhängig der Arme aufbauen. Und er kann auch mehrere Geschütze aufbauen. Ich kann einem Techniker so viele Geschütze mitgeben, wie er tragen kann und könnte die alle einzeln aufbauen und hätte dann jeweils pro Geschütz einen Schuss. Und könnte dann rein theoretisch mit der Fernsteuerung, die ja zwei Aktionspunkte kostet, nochmal zwei dieser aufgebauten Geschütze nochmal extra feuern lassen über die Fernsteuerung. Also ich muss dann wahrscheinlich einiges revidieren, was ich über den Techniker und seine Geschütze gesagt habe. Ich denke, wenn man das dann entsprechend spielt, ist das schon eine verdammt mächtige Waffe. Mit der Einschränkung und dabei bleibe ich erstmal, dass natürlich der Wirkungsbereich des Geschützes nicht wirklich optimal ist. Es steht sehr flach, es steht sehr tief, es darf nichts im Weg sein. Von daher ist der Einsatzbereich natürlich ein bisschen eingeschränkt. Aber wenn es dann wirken kann, dann ist es ordentlich. Das ändert natürlich jetzt ein bisschen was. Gerade zum Beispiel bei Orko, also bei Soldaten mit einer Mischklasse. Orko werde ich dann wohl wieder zurück wechseln lassen auf die Brecherrüstung und das Jetpack zum Einsatz bringen. Das ist mir dann, glaube ich, lieber als die Technikerarme. Also die Technikerarme nochmal, um das dann zu sagen, für was sind sie denn dann? Das ist tatsächlich wirklich nur für das, was wir hier lesen können. Wo haben wir es? Wen hatten wir denn zum Beispiel? Hier ist zum Beispiel Orko. Also man kann sich hier wirklich auf die Beschreibung verlassen. Das sind die drei Fähigkeiten, die die Technikerarme bringen. Mindfragger entfernen. Gut, kann ich auch mit einem Schlag. Technikerreparatur. Stelle 120 Trefferpunkte bei mechanischen Geräten wieder her. Das heißt, damit kann er Geschütze reparieren. Er kann Fahrzeuge reparieren, wenn wir sie denn im Einsatz mit dabei haben. Und er kann meines Wissens auch, aber da würde ich mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, Erweiterungen reparieren, weil Erweiterungen ja auch technische Gerätschaften sind. Also wenn man mutierte Arme, also nicht mutierte Arme, sondern, ja ihr wisst, was ich meine, eben diese Sorte hier von Erweiterungen hat. Diese technischen Erweiterungen. Das kann er auch reparieren. Und eben das technische Heilen. 120 Trefferpunkte bei allen Soldaten, wie der Schild und Entferne. 50% Paralyse. Ich bin mir gerade nicht sicher, was Paralyse ist. Eventuell ist es auch irgendeine Geschichte, die bei uns hier nicht aktiv ist, weil wir nicht alle DLCs aktiviert haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gerade Orko zum Beispiel wird also wieder die Technikerarme ablegen. Er wird dafür dann auch wieder eine Brecherrüstung bekommen. Zack. Und dann sieht das Ganze wieder deutlich besser aus. Er hat sein Jetpack. Das Geschütz kann er selbstverständlich trotzdem behalten, wie gesagt. Und dann müssen wir mal gucken, was wir ihm sonst noch so mitgeben. Ich hatte ihn ja, glaube ich, eigentlich so mit dem Flammenwerfer mal vor, so als Brutzler. Aber wir gucken mal, wenn er wieder im Einsatz ist, bevor er im Einsatz ist. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall jetzt mal mitteilen, dass diese Geschichte geklärt ist mit den Technikerarmen. So, wie geht's weiter? Wir haben zum einen diesen Trupp im Manticore mit Harfo, Pepper, Black Mask, Commander Fox, Black Butterfly und Tobai. Die werden wir schon mal in Richtung Zitadelle bewegen. Mit einem Zwischenstopp hier in Phoenix Point, Mittelamerika. Dort sollen sie mal hinfliegen. Dort können sie zumindest ein bisschen Ausdauer regenerieren. Dort gibt es leider keine Krankenstation. Aber gut, man kann nicht alles haben. Wir, dann geben wir weitere Befehle. Der Trupp hier mit Sophia und Captain Cucumber und dem Scarab, den bringen wir hier runter nach Phoenix Feuerland. Dann laden wir die beiden aus und dann kann der Helios mit dem Scarab nur hier oben aktiv sein. Wir brauchen definitiv ein weiteres Flugzeug. Da kommen wir nicht drum rum. Ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, wie viel wir mittlerweile haben. Ich habe damals sechs geantwortet. War falsch. Es sind mittlerweile sieben, aber wir brauchen definitiv noch ein achtes, wenn nicht sogar noch mehr. Also da muss ich dranbleiben. Was wir allerdings noch machen, bevor wir jetzt weitermachen. Ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen, oder in der vorletzten Folge ist es schon wieder her, so ein bisschen gegeizt mit der Produktion. Jetzt haben wir tausend Materialien bekommen. Wir werden hier in die Bauschleife noch zwei Sachen reinsetzen. Zum einen gibt es ein, dieser Filter funktioniert nicht immer. Da muss man immer einmal raus, dann wieder rein. Also wir werden einmal ein Gorgonenauge noch hier reinsetzen. Und wir werden, wo ist die, wo ist die Pumpgun hier für die Slam, oh warte mal, die Slam Strike Schrotflinte. Auch die werden wir einmal herstellen, dass wir sie einfach mal haben. Und dann schauen wir mal, wer die bekommt. Schlagt euch nicht die Köpfe ein, deswegen. So, wie geht es weiter? Dann haben wir den Befehl erteilt, den Befehl erteilt. Hier wird gesammelt. Hier wird im Endeffekt, ja hier warten wir auf den, auf den Angriff. Ich glaube jetzt ist es, ja, jetzt geht es hier einfach darum, Zeit vergehen zu lassen. Wir sind jetzt hier nämlich schon angekommen. Diese 16 Stunden hier, da warten wir jetzt letztendlich. Also wir lassen mal laufen, haben eine Muttergenernte abgeschlossen, eine Forschung abgeschlossen. Muttergene können aus den gefangen genommenen Pandoranern in der Eindämmungsanlage gewonnen werden. Also die können wir jetzt auch wahrscheinlich töten. Wir hatten ja schon die erste Sache, dass man Nahrungsmittel aus ihnen gewinnen kann. Jetzt können wir auch Muttergene aus ihnen gewinnen. Wir fanden heraus, dass bestimmte Gewebeproben ihre Fähigkeiten zur Mutation beibehalten haben. Diese Entdeckung wurde gemacht, als ein Testobjekt versehentlich eine mutierte Probe indiziert wurde. Ups. Der Fehler wurde zu spät erkannt, aber die Wissenschaftler, die das Ergebnis beobachteten, fanden heraus, dass Pandoraner über eine Reihe von Zellen mit einzigartigen Eigenschaften verfügen, die von der ursprünglichen Pandora-Virus-Infektion abgeleitet sind. Es waren dieselben Zellen, die die Jünger von Anu in ihren Ritualen verwenden, um durch Mutation der Erhabenen näher zu kommen. Seit der Entdeckung wurde der Prozess verfeinert, sodass 70% der Muttergene einer Kreatur während eines Laborverfahrens extrahiert werden können. Damit die Ernte erfolgreich ist, muss das Exemplar während des Vorgangs am Leben sein. Oh, der Schandfleck der Pandoraner. Was ist das? Tobias West wieder. Glaubt ihr wirklich, dass die Antworten, die wir als Spezies brauchen, in der Biologie der Pandoraner zu finden sind und darin den Eindringlingen ihrer Muttergene abzujagen? Das finde ich im Übrigen, auch mal das möchte ich mal erwähnen, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich glaube nicht, finde ich auch sehr cool, dass, ja, das ist jetzt natürlich eine Reaktion, eine direkte Reaktion auf unsere Forschungsergebnisse. Also wir haben uns, wir haben diese Muttergengeschichte entwickelt oder erforscht und jetzt meldet sich Tobias West, der damit nicht zufrieden ist. Die Jünger glauben, dass die Menschen sich entwickeln müssen, um zu mutieren. Aber seht ihr nicht die inhärente Misanthropie dieser Philosophie, die die Menschheit für das verantwortlich macht, was ihr von einem außerirdischen Aggressor angetan wurde? Die Prämisse selbst ist zutiefst unethisch. Wenn wir anfangen, uns einzureden, dass wir die Pandoraner brauchen, um besser zu werden, was unterscheidet uns dann von dem Mitläufer, der sich sagt, dass der Feind auf lange Sicht alles besser machen wird? Ja, ähm. Hm. Das ist alles nicht so toll, ne? Also ich meine, Ihnen jetzt zu sagen, das geht euch nichts an, ja, könnte man machen. Hm. Das geht mir hier fast einen Schritt zu weit. Die biologischen Fehler der Menschheit zu erkennen, ist keine Misanthropie. Aber auch wenn sich das jetzt ein bisschen überschneidet mit dem, was ich am Ende der letzten Folge gesagt habe, ähm, aber wir müssen, wir tun, was wir, was wir müssen, um am Leben zu bleiben. Vielleicht, aber zu welchem Preis? Man könnte argumentieren, dass die Pandoraner selbst eine Form des Überlebens sind. Sie sind teils Mensch und sie leben. Sprich, es gibt eine biologische Kontinuität zwischen ihnen und uns. Aber enthalten sie irgendetwas von dem, was die Menschen als wertvoll erachten? Oh, wir haben eine Zuflucht. Oh, die Zuflucht Heinlein wird angegriffen. Fort Heinlein hier oben. Ähm, tja, 14 Stunden. Ich glaube, das kriegen wir zeitlich hier noch rein, oder? Wie viele sitzen hier in diesem Manticore? Blue Warrior, Troglodyt, Roter Riese, Snake Blisken, The Y-Man und Anastasia. Die könnten doch hier, die könnten doch hier eingreifen. Wir gehen mal kurz auf das Personal. Das ist der Trupp im Manticore. Jetzt schauen wir mal kurz, wer noch im HQ selbst sitzt. Dark Malkov, Schwarz-Weiß, Coxner und Dennis. Na gut, die drei haben natürlich schon ihr Max-Level erreicht. Jetzt könnte man eventuell Dark Malkov mitnehmen. Der hat im Übrigen hier schon so ein Gorgonen-Auge. Wobei ich, also, ich bin mir jetzt, ich bin mir ja, hab ja gesagt, ich bin mir nicht sicher mit dem Gorgonen-Auge, weil es eben keine Rüstung, äh, nicht Rüstungs, Rüstungsbrechend ist. Allerdings eine Laserwaffe. Hatte Laser irgendwelche besonderen, naja, wir gucken mal. Vielleicht nehme ich ihn mit. Wen müssten wir dann entsprechend rauswerfen? Die Fernsteuerung hat er noch nicht. 13 Punkte hat er, 15 kostet sie. Die gönnen wir ihm auf jeden Fall. Ob wir ihn jetzt mitnehmen? Ich gucke jetzt nochmal, wen müssten wir dann eventuell hier dafür rauswerfen? Wir haben hier oben mit Snake Blisken auch schon mal einen Techniker dabei. Ja, ah, na, siehst du, jetzt habe ich nicht geguckt. 100, da fehlen 300 bis zum Stufenaufstieg. Für Dark Malkov, okay. 140. Okay, wir tauschen einmal aus. Wir nehmen, wir nehmen Dark Malkov mit. In den Manticor. Die Siebener lassen wir, lassen wir zurück. Und mit denen gehen wir rein. Schauen wir, gehen wir mal alles durch. Blue Warrior kommt wieder zum Einsatz hier mit seiner, mit seiner neuen Rüstung und seiner neuen Farbgebung. Piranha, das passt soweit. Propellerbeinchen, wunderbar. Droglodyt. Gungnir. Auch alles okay soweit. Wir haben den roten Riesen. Mit einem Granatwerfer. Der andere, die anderen Granatwerfer sind leider noch nicht fertig. Er hat die Lasermatrix. Ja, kostet auch 34 Punkte. Willenskraft und Wahrnehmungsbereich könnte man erhöhen. Zwei Willenspunkte. Mein Willenspunkte schaden nie. Zwei für 25. Wenn wir sie hier drüber kaufen, ist es mindestens genauso teuer. Der erste kostet 12, der zweite wird wahrscheinlich teurer. Und dann ist quasi der Wahrnehmungsbereich umsonst. Ob uns der viel bringt bei ihm mit der Waffe, wage ich zu bezweifeln. Aber das könnte man natürlich schon mittelfristig machen. Das ist jetzt auch mal so eine Sache. Diese Wahl einer zweiten Klasse ist natürlich recht teuer. Ihr seht es. Das kostet 50 Fertigkeitspunkte. Und ist jetzt mittlerweile nach der Spielerfahrung, die ich habe, nicht immer sinnvoll. Also man muss natürlich auch gucken, was sich anbietet. Wenn sich jetzt wirklich keine besondere Mischklasse ergibt, dann ist es vielleicht einfach auch mal besser, diese 50 Punkte zu sparen und einfach hier in die Hauptstats reinzuschießen und ihn in der Klasse, in der Funktion zu stärken, in der er eigentlich ist mit seiner Hauptklasse. Könnte ich mir bei Roter Riese eventuell vorstellen, weil das hier alles nicht so, jetzt nichts Besonderes anbietet. Wir gucken mal weiter. Panik verursachen. Dieb. Tarnung und Geschwindigkeit ist dann mit Sicherheit nicht schlecht, weil er näher ran muss. Also das könnte was sein, auf das wir gehen. Wir haben das Virusgewehr mit ihm. Okay. Anastasia ist dabei. Mit Piranha. Auch 8 Punkte erst und dann haben wir Dark Malkov eingeladen. Ja, komm. So fliegen wir hin. Dann machen wir. Das schaffen wir zeitlich, bevor der Angriff kommt. 10 Stunden. Jetzt sind wir dort. Gefahrenstufe hoch. Wir sind in der Nacht. Pandora Feinde. Wir bekommen, naja, bei New Jericho natürlich wieder Zuspruch, bei allen anderen wieder ein bisschen Minus. Das ist ärgerlich. Aber ich denke, allein schon für die Belohnungen ist es wert, das Ganze auch zu machen. Und außerdem muss man ja auch diesen Timer hier im Auge behalten. Wenn wir hier nicht ranfliegen und Fort Heinlein würde fallen, dann geht natürlich der Tracker hier auch nach unten. Also in diesem Sinn, wir gehen rein. Feuer frei. So, zur Abwechslung mal nicht gegen New Jericho, sondern jetzt verteidigen wir eine Zuflucht von New Jericho. Und wir sind hier direkt mittendrin, statt nur dabei. Zivilisten müssen überleben. Hier hinten haben wir, sehen wir gleich zwei. Hier ist noch ein dritter. Plus zwei New Jericho-Soldaten. Und hier hinten haben wir auch direkt einen Feind offen. Plus hier oben auch noch New Jericho-Scharfschütze. Eine Artillerieeinheit hier in unserem Rücken. Nun denn. Tja, dann fangen wir doch mal direkt an, oder? Könnten hier mit so einer Laser-Nummer beginnen. Ach, wisst ihr was? Machen wir direkt. Explosionsstoß. Dann kostet uns das hier nichts. Und wir gehen hier direkt mal, wir gehen hier direkt mal drauf mit dem Laser. Jetzt könnten wir eigentlich noch zweimal den Granatwerfer abfeuern. Aber... Na komm, nee. Wir gehen ran, wir schießen mit der anderen, mit der hier. Gut. Weiteren Schaden. Droglodyd. Schnelles Zielen. Wir gehen direkt mal auf den... Also, so dass der... Dass wir nicht lang dieser Wurmgefahr ausgeliefert sind. Wir schießen auf das entscheidende Teil, nämlich den Hinterleib. Und mit ein bisschen Glück. Ja, nee. Brauchen wir gar kein Glück. Das war's. Der Hinterleib ist deaktiviert. Damit war's das. Damit kann das Ding eigentlich jetzt nur noch stampfen. Ich glaube, er zieht sich nicht aus dem Kampf zurück, weil er noch stampft, weil er noch diese vermeintliche Nahkampfattacke hat. Aber das gefährlichste ist damit erledigt. So. Wunderbar. Dann... geht's weiter. Anastasia. Einmal Sprinten. Einmal... Den Sprung. So. Damit haben wir den Scharfschützen aktiv. Schießen kann sie im Übrigen auch noch. Machen wir. Nehmen wir natürlich mit als Schaden. Und der Scharfschütze, den... Kann ich den direkt steuern? Ja, kann ich. Ja. Nochmal 100 Schaden auf den Hinterleib. Ist okay. Let's make this happen. Ja, komm. Raketensprung. Ja, mitten rein. Was? Ungeschickt? Was ist das? Der hat den Sprung nicht ausgeführt. Und hat seine Aktionspunkte verloren. Ungeschickt? Äh... Okay. Na toll. So. Wir stellen hier mal... das... Geschütz... einfach mal hier so mitten in die Pampa. Unpacking. Und dann haben wir noch einen Y-Man. Und mit dem... Boah, mit dem gehen wir hier mal... in Richtung Zivilisten. Oh. Feind gesichtet? Wo? Ah. Hier ganz hinten. Okay. Ja. Ach, schau mal. Hier sind vier. Hier sind vier. Und hier drin ist der fünfte. Also wir wissen jetzt... Wir kennen schon die Positionen von allen fünf Zivilisten. Das ist doch... Das ist doch sehr gut. Einen davon haben wir aktiviert. Ich kann aber, glaube ich, nicht mit einem Zivilisten andere Zivilisten aktivieren, oder? Nein. Das geht leider nicht. Dann versuchen wir ihn zum Ausgang zu bringen. Und... Ja. Wir enden die Runde hier. Das war komisch. Ungeschickt. Das habe ich noch nie gesehen. Das... Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich habe hier... Nichts. Also kein irgendwie negativer Perk oder sonst irgendwas. Ich meine, er hat halt... Er hat diesen Raketensprung ja quasi doppelt, ne? Er hat einmal den Raketensprung über die Propellerbeine. Der kostet nur einen Aktionspunkt und ist aber kürzer. Und wir haben den Raketensprung, den wir kennen, durch das Jetpack an der Brecherrüstung. Aber dass er diese Aktion nicht ausführt und dann ungeschickt angezeigt wird und die Aktionspunkte aber weg sind, das ist ja noch mit das Bittere. Die Aktionspunkte sind weg. Der Sprung wird nicht ausgeführt. Ich... Ich habe keine Ahnung, was das war. Zug beenden. Oh Gott, wo läuft der denn hin? So, der Techniker. Ich hoffe, der baut hier auch irgendwas auf. Ne, machen eigentlich erstmal nur Overwatch. So, hier hinten kommen Pandorana. Der... Läuft... In den Overwatch. Ja, drei Schaden. Sehr überschaubar. Aber natürlich steht er jetzt wunderbar. Also, für uns wunderbar. Und hier kommt der nächste. Mit relativ wenig HP, ne? Und der... Damit kann man ja leben. Das... Das Ding... Haut ab. Das... Das war natürlich sehr, sehr stark, dass wir diese... Diese Wurmproblematik schon gelöst haben, bevor sie eigentlich wirklich losging. Was war das für ein Geräusch? Hat er ein Schild aufgestellt? Ich glaube, ja. Auch das war eine Sache, die in den... In den Kommentaren nach der letzten Staffel mal... Ähm... Zur Sprache kam. Ob man den... Oh! 60 Schaden. Ja, er steht jetzt natürlich offen. Da hätte er nicht stehen sollen. Ähm... Scharfschütze hier hinten. Ob man den... Den Zug der Pandoraner beschleunigen kann. Also den KI-Zug. Ich... Ähm... Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir das noch nicht angeschaut habe. Wir können ja mal kurz gemeinsam in die Optionen schauen. Ob's... Ob's da was gibt. Ähm... Andererseits muss ich sagen, wollte ich das, glaube ich, gar nicht haben. Animationsgeschwindigkeit. Man kann das Ganze hier wahrscheinlich hochsetzen. Aber... Naja, es gibt wenig Züge, in denen's nervig ist, weil's lang braucht. Finde ich zumindest. Aber dafür... Dafür sieht man wirklich, was geschieht. Wenn man das dann beschleunigt, ähm... Da ist man mehr damit beschäftigt, zu überlegen, was ist jetzt eigentlich passiert. Als, als dass es irgendwie einem weiterhilft und das Spiel irgendwie beschleunigt. Ich glaube, so ist es ganz okay, wie wir's eingestellt haben. Aber... Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Wir bringen den ersten Zivilisten komplett raus. Damit kann dem schon mal nix passieren. Wir haben Zugriff auf den New Jericho Scharfschützen. Das ist aber im Endeffekt eher der Notfallplan. Das ist nicht das, was ich wollte hier. Mit Blue Warrior. Wir haben hier unser Geschütz. Arm deaktiviert. Das war soweit. Okay, wir könnten mit Dark Malkov jetzt einmal die Fernsteuerung machen. Und dann können wir das Geschütz noch ein zweites Mal bedienen. Getötet, oder? Jawohl. Sehr gut. Dann machen wir jetzt folgendes. Dann werden wir jetzt... ...den Sprung wieder machen. Der ging jetzt? Hier hin bewegen. Hier hin bewegen. Jetzt kann man den Techniker unter Kontrolle. Und der kann... ...hier hin töten. ...und ihn töten. Wunderbar. Das war erfolgreich. Anastasia. Wie viel HP hat der Bursche denn? Und was kann der? Der kann zurücksch... Ne, der kann nicht zurückschießen. Da unten ist aber auch noch irgendwas drin. Unser Scharfschütze. Der Troglodyt. Wir haben da... Der Scharfschütze ist natürlich gefährlich. Roter Riese. Bringen wir ihn hier hin? Ne, das bringt überhaupt nichts. Jetzt könnten wir es mit dem Granatwerfer versuchen. Wenn wir hier... Oder kriegen wir mit dem ein Ziel? Nein, kriegen wir auch nicht. Oder wir... Ah, mehrere Optionen jetzt. Zeig mal her. Anastasia. Sprint. Hier runter. Dann geht die Tür auf. Oh. 120 HP. Aber zurückschießen. Zurückschießen ist aber in dem Fall egal. Weil er zuerst stirbt. Und dann gehen wir hier um die Ecke. Okay. 3x70 sind 210. Hm, reicht nicht. Aber doch. Reicht schon. Explosionsstoß. Damit haben wir jetzt von allen hier einen Aktionspunkt weniger. Wir ziehen hier rüber. Wir nehmen... Zuerst den Laser. Bein deaktiviert. Das macht ihn jetzt schon mal langsam. Aber komm, jetzt töten wir ihn auch. Jetzt haben wir nämlich noch den Granatwerfer und hauen den hier drauf. Und dann ist der auch weg. Gut. Also. Hier ein Gegner drin. Hier ein Gegner drin. Hier hinten den Scharf schützen. Wir gehen... Hier vorne ran. Und machen einen Overwatch auf diese Tür. Ich vermute ja, dass er da rauskommt. Und jetzt ist die... Gehen hier... Hier hoch. Bringen ihn in eine Deckung. Äh, Dark Malkov hat noch... Ah, kriege ich ihn irgendwo in eine Deckung? Ja, hier. Ich weiß halt nicht, was das hier ist, was da drin sitzt, ne? Keine Ahnung, was da jetzt gleich rauskommt. Bringen Y-Man mal hier hin. Feuern einfach mal auf den Killer. Was das auf die Distanz nicht viel bringt, war klar. Ähm, ich riskiere es jetzt einfach. Droglodyd steht offen. Ja, wir machen hier einen Overwatch hier rein. Mal gucken, was da kommt. Zug beenden. Den Gegnerzug schauen wir uns noch an in dieser Folge. So, hier kommt noch ein Sturmsoldat von New Jericho. Das Ding haut weiter ab. Das ist vollkommen in Ordnung. So, was bist du? Ein Killer. Oder? Ne. Aber ein Arm deaktiviert. Heißt, er kann wahrscheinlich nicht schießen. Der Scharfschütze versemmelt seinen Schuss. Das ist Gold wert. So, hier kommt ein Schläger raus. Auch da trifft unser Overwatch. 30 Schaden auf den Techniker. Aber wir sind dran. Gut, Leute. Also so schlecht war der Start hier nicht. Allen voran das frühe Ausschalten der feindlichen Artillerie hier. Der feindlichen Wurmplage. Dem hier kommen wir bei. Dem Triton Irren. Dem hier kommen wir bei. Am gefährlichsten ist jetzt da hinten der Scharfschütze. Weil, ja, weil wir dann, weil ich da jetzt noch nicht genau weiß, wie wir auf seine Position vorrücken werden. Aber das machen wir dann in der morgigen Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, Leute. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö.